Nächster Halt, Schwerzenbach. Dieser Zug fährt weiter ohne Halt bis Uster. Reisende nach Nenikon-Greifensee steigen bitte in Schwerzenbach auf den Bahnersatzbus um. Grund dafür sind Bauarbeiten. Nächster Halt, Uster. Dieser Zug fährt weiter ohne Halt bis Schwerzenbach. Reisende nach Nenikon-Greifensee steigen bitte in Uster auf den Bahnersatzbus um. Grund dafür sind Bauarbeiten.